Wieso hast du nie Porträt für mich gesessen? Du hast nie gefragt. Wieso nicht? Liebend gern. Ich muss nur übermorgen meinen Flug bekommen. Das macht nichts. Uns bleibt genug Zeit? Ja, ja, klar. Sehr schön. Du bist das nächste Opfer meines Meines. Okay, es geht los. Von vorn siehst du aus wie ein Rohling. Kinn weiter runter. Nicht bewegen. Ja, so ist es gut. Nicht zu weit. Lächle nicht. Nicht kratzen. Oh mein Gott. Wie gefällt dir das Modell so zieht es? Doch, verdammt. Ich finde es gut. Er macht mich manchmal nervös, wenn er die Leinwand anschreit. Hüter! Mein Bruder kann nur glücklich sein, wenn er an sich zweifelt. Was sagst du da? Und sich unbehaglich fühlt in jedem Bereich seines Lebens. Wenn es sich da nicht als guter weist, werde ich die Malerei für immer aufgeben. Lach nicht. Entschuldige. Ich denke, das dauert vielleicht noch Monate. Das kommt vorher. Er wird nicht ganz verrückt. Aber es ist fast so, als hätte er beschlossen, komplett unzufrieden zu sein. Nicht komplett. Und du willst Geld? Nur vollkommen. Die sind unbrauchbar. Ich muss aufhören. Warst du schon immer so? Was meinst du? So voller Selbstzweifel. Wir machen das jetzt ja schon länger. Als ich jung war, dachte ich, ich könnte alles. Und als ich älter wurde, wurde mir bewusst, dass ich nichts kann. Es lohnt es sich weiterzumachen. Ich will nur zeigen, wie ich die Dinge sehe. Es sieht anders aus. Zerbrechlich. Wunderschön.